So, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ruferrell und wir befinden uns im wunderschönen Santorini und ich zeige euch jetzt hier einfach mal mein Hotel. Ich habe hier nämlich was richtig schickes gebucht. Es ist ein bisschen windig draußen, aber deswegen gehen wir jetzt auch erstmal hier rein. Wir sehen es hier, eine kleine Küche, ein schickes kleines Bad. Alles was man braucht. Wir sind hier übrigens zu zweit, also ich bin hier mit meiner Freundin. Hier haben wir eine kleine Couch, haben schon mal unseren Koffer hier und hier geht es einmal nach oben. Können wir mal schauen. Das ist nämlich Schlafzimmer Nummer eins. Also insgesamt können hier nämlich fünf Leute drin schlafen. Wir sehen es hier, Schlafzimmer Nummer eins. Aber wir sind nur zu zweit. Also mal schauen. Jetzt schauen wir nämlich in das eigentliche Schlafzimmer. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Obst. Hier seht ihr auch noch mal das Hotel, falls ihr euch mal dafür interessiert. Und hier haben wir auch noch gleich mal was zu trinken dabei. Das ist auch immer gut. Rotwein werden wir auf jeden Fall trinken. So, hier das eigentliche Schlafzimmer. Ja, schaut ganz ordentlich aus. Ist hier übrigens das beste Zimmer im Hotel. Und ja, ihr seht hier auch schon was. Nämlich einmal den Ausblick und den Pool. Bei dem Pool ist es so. Ja, das ist unser Privatpool. Also im Prinzip, da darf niemand anders rein. Der ist hier nur für uns auch zugänglich. Und jetzt schauen wir hier gleich mal. Na, hier kommen wir noch nicht raus. Vielleicht mit meinem Schlüssel. Ne, da müssen wir noch mal schauen. Aber wir gehen einfach mal hier an dem Hauptausgang zu unserer privaten Terrasse raus. Hier einmal schön. Ihr merkt es auch, es ist Windstiller. Einmal mit dem schönen Tisch hier. Und jetzt schaut euch mal diese Aussicht hier an. Das ist wirklich der Wahnsinn, oder? Absoluter Hammer. Also Santorini. Ich wollte schon immer mal hierher. Und dementsprechend. Schaut euch das mal an. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen näher dran zoomen. Hier seht ihr auch noch schöne Inseln im Vordergrund. Und ja, das wird jetzt unser Ausblick sein für die nächsten zwei Wochen. Und dann schauen wir mal hier. Das ist nämlich unser privater Bereich. Da kommt sonst niemand hin. Mit eigenem Pool, den wir 24 Stunden benutzen können. Hier haben wir zwei Liegen. Unser wunderschöner Pool hier. Schauen wir gleich mal, was der Temperatur geht. Alles wunderbar. Ich meine, wir haben jetzt gerade Ende April. Hier hat es ungefähr so 20 Grad. Ihr seht es, es ist nicht wirklich bewölkt. Bisschen windig natürlich, aber das ist alles kein Problem. Hier haben wir die typisch weißen Häuser auch, die man in Santorini kennt. Und ja, einfach dieser Ausblick, das ist schon einiges wert. Hier haben wir von außen unsere kleine, nennt sich hier Villa. Und wie gesagt, in dem Hotel gibt es nur diese einzige Villa. Und dementsprechend werden wir die Zeit hier auch schön genießen. Von daher, ich bin jetzt erstmal raus. Falls ihr Fragen zu einem Hotel habt, zu Santorini generell, wie ich reise und so weiter, schreibt das gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich jetzt auf die nächsten Tage und Wochen hier und werde mich auf jeden Fall ab und zu auch nochmal melden aus Santorini. Von daher, ich wünsche euch alles Gute. Ich genieße jetzt erstmal hier die Zeit. Euer Flo Ferrell.